Moin Leute und herzlich willkommen hier auf Ninis Chaos Channel. Da Nini auf der Arbeit ist, übernehme ich heute mal die Livestream-Ankündigung. Und zwar um 23 Uhr gibt es auch hier auf Ninis Chaos Channel einen VR-HTC-Vive-Livestream mit verschiedenen Spielen, Horror, Action und und und. Von daher habt ihr Bock dabei zu sein, schaltet ein. Bis dahin Leute, bleibt mir sein, danke fürs Zusehen und Tschüsskowski, Ninis Oshis.